Yo, willkommen zu Krunk MMA, los geht's! Max Holloway ist zurück und kämpft als nächstes gegen Korean Zombie. Der Kampf ist für die UFC Fight Night am 26. August in Singapur ausgelegt. Stattfinden wird es baut im Indoor Stadium. Der Blast Holloway verlor zuletzt gegen Alexander Volkanovski via unanimous decision bei der UFC 276 am 2. Juli 2022. Auf der anderen Seite verbucht auch Korean Zombie eine Niederlage gegen Alexander Volkanovski, allerdings via TKO Punches in Runde 4 bei UFC 273. Zombie ist seit dem 9. April 2022 inaktiv, wird also rein theoretisch eher dazu tendieren Ring Rust zu erleben. Zudem hat Zombie 20, 21 und 22 insgesamt 3 Kämpfe beschritten, viel zu wenig meiner Meinung nach. Max Holloway sehe ich auf jeden Fall jetzt schon als Wettfavoriten in Singapur. Blast wird ausdauertechnisch enorme Vorteile genießen, wenn Holloway etwas nicht ausgeht. Dann ist es ein Gas Tank, der locker auf 5 Runden gleichbleibend bestreckt werden kann. Holloways Boxen ist der absolute Kern seiner Skills. Darauf wird Zombie jede Menge machen müssen, um klar zu kommen. Fakt ist Zombies Explosivität. Und wie er im Vorwärtsgang gerne rusht, schleudert. Gegen jemanden wie Max Holloway, der perfekt kalkuliert agiert, wird es vermutlich nicht die richtige Methode zum Erfolg sein. Weiterhin wirft Holloway gelegentlich Spinning Kicks, Flygen, Nies ein, seine 1 zu 2 Kombination ist Meisterklasse. Die Schnelligkeit seiner Schläge und seine absolut perfekte Distanzkontrolle und wie er seinen Jab einsetzt und die Reichweite zu kontrollieren ist phänomenal. Gegen kleinere Gegner wie gegen Zombie, der versuchen wird die Distanz zu schließen, müsste Holloways geniale Beinarbeit und Jab eigentlich ausreichen, um die Distanz zu halten. Auf zahlreiche Lebertreffer darf sich Zombie auffreuen. Holloway wird es mit Leichtigkeit schaffen Zombien in die Rückwärtsbewegungen zu drängen. Auch defensiv ist Holloway vollkommen. Vorteil dafür Zombie kann seine Aggressivität sein, seine scharpe Rechte und sein Timing, pure Aggressivität gegenüber Holloway, nicht unbedingt ratsam. Vergleich Max Holloway steigt als der größere Kämpfer ins Oktagon mit 1,80 Meter, 5 Zentimeter größer als Korean Zombie. In der Reichweite unterscheiden sich beide deutlich. Holloway 175 Zentimeter, Zombie 183 Zentimeter. Beim Punkt Alter geht der Vorteil ins Holloway Lager, auch fahrungstechnisch Holloway. Prediction Ich will Korean Zombie seine Chancen nicht absprechen. Gut möglich, dass bei der UFC Fight Night am 26. August vs. Max Holloway die gnadenlose Aggressivität gewinnt. Das große Plus aber sehe ich in der Vielfältigkeit, die Holloway mitbringt. Seinen Haltungswechsel, die Pace, das harmonische Zusammenspiel aus knackigen Striking und Kicks sind einfach zu gut. Ballert Zombie in Runde 1 alles raus, übernimmt Holloway ab Runde 2 den Tanz und wird Zombie auseinandernehmen. Für mich gewinnt Max Holloway via TKO Punches. Yo, das war's mit dem Video, dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache.